Ich kann mir sogar vorstellen, dass er Skello gar nicht bringen wird. Epitaph, ich kann mir echt vorstellen, am Anfang Mimikma, also dass Mimikma, Filinara, Dragoran, Epitaphys, oder anstatt Dragoran den Pilz. Maybe Trick, Ruhm, stimmt, Bizarro, könnte es auch sein, Moin Poglu. Stimmt, Bizarro, könnte es auch sein, ist mir aber egal. Tatsächlich, damit komme ich klar. Er spielt echt den Skello. Das kann nur bedeuten, dass er sofort auf Terra geht. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass er direkt auf Terra geht. Schwutball, Feuer, Mimikma könnte Feen attacken, kann das Kampf attacken, ich weiß es nicht. Gucken wir mal, ich bin gespannt. Skello ist auf jeden Fall lahm as fuck. Er macht bestimmt direkt Terra. Aber auf was? Stahl wäre Assi, Pflanze wäre doof, Wasser wäre doof, er macht kein Terra, ist er, hä? Hä? Es ist so witzig, wie oft ich nicht treffe, ne? Skello tot. Ja, also entweder hat er den Lead komplett verkackt, oder er hat, weiß auch nicht. Da ist der Knoddler, ich habe mir schon gedacht, dass du Knoddler kannst. Und mit Lebenorb, uiuiui. Hm. Und da kommt der Sack. Ich muss auf jeden Fall hier den übelst, die übelste Steinkante raushauen. Bitte triff. Bitte, bitte, triff. Bitte. Bitte. Er macht doch auch Schutzschuld, denn auch egal. Da muss jetzt eine Steinkante aus der Hölle rauskommen. Mit Lebenorb, mit Terra Stein. Doppelstep. Plus Lebenorb, plus Full Attack. Jetzt hau da mal eine Steinkante rein. Oh, der tut weh. Komm. Das ist doch regelhaft. Ich kann das alles nicht mehr, Leute. Ich brauche doch nur einmal ein bisschen Lack. Mann, ey. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich das abfuckt in dem Game. Du brauchst Ei. Also eben. Das macht mich richtig sauer, wirklich. Das macht mich unglaublich sauer. Ich, was das Schlimme ist, dass ich jetzt ja 25 Runden schlafe. Ist ja nicht so, dass ich mal Lack habe und in der ersten Runde aufwache. Ey, ich vergesse niemals diesen Kampf gegen dieses Glatt Imperio, ne. Wo ich den 5 mal eingeschläfert habe. Und 5 mal ist er sofort wieder aufgewacht. Sofort. Hätte ich nie vergessen. Hallo, Werner. Vielleicht wache ich gleich jetzt auf. Who knows. Wer weiß das schon. Ob ich jetzt aufwache. Es ist aufgewacht. Was? Natürlich daneben. Natürlich daneben. I love it. Wäre sonst langweilig. Wenn ich einfach treffen würde. Sporenwirt. Ich will sofort die Wahrscheinlichkeit wissen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sporenwirt wirkt. Ist die nun nicht nur bei 30% oder so? Er macht sogar Gena, weil er darauf geht, dass ich... Ich falle gleich aus, ja. Ich treffe doch bestimmt wieder nicht. Bitte trifft doch einfach die scheiß Steinkante. 30%. Na klar, 30%. Ich kriege 30% ab. Aber dass die Steinkante mit 80 mal trifft. Nein. Bloß nicht. Es ist zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Wolvenhock ist eingeschlafen. Ich wache jetzt eh nicht auf. Es ist ausgeschlossen, dass ich jetzt aufwache. Zu einer Milliarde Prozent wache ich nicht auf. Na klar, schlaf. Hoffentlich sterben beide. Schade. Schlafen beide nochmal. Schlaf nochmal. Ja klar, warum nicht. Schlaf nochmal. Friedrup ist aufgewacht. Yay. Friedrup ist aufgewacht. So eine Scheiße. Das ist unglaublich, ja. Das Game will einfach nicht, dass ich es spiele. Irgendwie. Ich glaube mein Game ist kaputt. Ich muss mir ein neues kaufen. Bruch. Wirklich Bruch. Jetzt hätte ich es gewusst, ne. Affe plus Eruption. Plus Kommando. Es ist so klar. Es ist so klar. Es war so klar. Und mega schade, dass ich nicht ähm. Dass ich nicht ähm. Ich wollte irgendwas sagen, keine Ahnung. Vergessen. Macht er erst Pizarro? Pizarro? Ja, macht er erst Pizarro. Krass. Und auf jeden Fall als erstes angreift der Sack. Wir geht's auch gut Herr Pilus. Vielen Dank für die Nachfrage. So ist Eruption schon mal ein bisschen schwächer. Er macht sogar noch Terrafeuer. Also er geht full. Full Attack auf Eruption. Okay. Gib mir deine Eruption. Mit Sandstorm habe ich mehr Spezialverteidigung. Und ich habe die Vesta an. Ne, habe ich nicht. Schade. Eruption. Wie viel machst du? Gib mir deine Eruption. Ah, stark. Hat sich gelohnt. Diese ganze Arbeit. Das hat sich ja gelohnt. Scheiß Körtl. Was macht der? Bitte mach Kommando. Ja. Deswegen habe ich Gastrodo nach vorne genommen. Genau deswegen. Weil Körtl hat keine Spezialverteidigung. Null. Ja, ich ging das. I love it. Noch besser wäre gewesen, hätte ich nicht mit Despoter geliedet. Genau das wollte ich sagen. Nicht Despoter geliedet. Sondern anderen. Und dann getauscht direkt. Ah. Wäre vielleicht nicht so witzig geworden. Hallo Leo. Ja, da hauen wir doch gleich noch eine Erdkräfte raus. Aber na sicher doch. Und er könnte... Der wird ja Läutersalz oder so kack machen. Oh Steiner. Ein Steinhägelchen. Er macht Pökelsalz. Okay. Egal. Wechsel ich dich wieder aus. Kein Problem für mich. Das ist kein Problem für mich. Leute. Jetzt geht das dann nochmal auf Despoter. Nochmal auf Despoter. Okay. Ja, ob sich das so lohnt. Na klar an ihm. Na logisch. Na klar an ihm. Na klar an ihm. Stahl. Die Body Press. Wie lange hält der Bizarro rum eigentlich? Ist nämlich gleich vorbei. Um wie lange geht der Sandsturm noch? Der geht glaube ich noch etwas länger als Bizarro rum, oder? Schattenstoß. Killt Schattenstoß das Vieh. Wir werden zusammen, gemeinsam herausfinden, ob Schattenstoß das Vieh killt. Na, wahrscheinlich nicht. Das ist zu viel mit der Übeldäff. Wahrscheinlich nicht. Dann können wir mir vorstellen, dass er jetzt einmal... Wie, ich muss mal kurz gucken. Wie lange geht noch? Geht Bizarro rum und zwar noch. Sandsturm zwei Raum, Bizarro rum eine Hunde. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er echt... Dass er echt... Schutzschild macht. Und ich hoffe, Schattenstoß killt. Ich habe sogar Terra jetzt extra gemacht. Komm, du musst killen. Wenn er nicht Schutzschild macht, muss er es killen. Er denkt, der ist immer noch schneller. Macht der Pökel oder so einen Scheiß. Nochmal. Oder Genesung. Bitte, bitte, bitte kein Schutzschild. Bitte kill ihn. Bitte, 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 bitte. Nein! Ich habe es befürchtet. Ich habe es befürchtet. Nein, da ist die Genesung. Nein, da ist ein Volltreffer. Bizarro rum ist weg. Jetzt ist Alarm, er ist fucked. Jetzt ist Alarm. Er macht erst Bizarro rum. Er kann es mir leisten, Bizarro rum durchgehen zu lassen. Nein, ich muss ihn killen. Ich muss ihn killen. Deswegen werden wir ihn killen. Leo, vielen, vielen Dank für deinen Prime. Vielen, vielen Dank für deinen Prime, Leo. Viel Spaß mit Ihnen los, mein bester Schutzschild. Er hat sie da gut. Dann bist du tot. Sandsturm killte ich jetzt. Das war dumm. Hä? Das ist ja richtig dumm. Das macht gar keinen Unterschied. Macht der jetzt nochmal Läutersalz oder was macht der? Pökelsalz, meine ich ja. Gut, ich wechsle auf jeden Fall einmal aus. Jetzt gegen Despoter. Das passt perfekt. Er wird nichts! Dann kriegt er jetzt mal einen Bizarro raus. Ich muss den Friedhof rausholen. Ich muss ihn rausholen. Führt nichts dran vorbei. Damit ich gleich nochmal eine Attacke rauskriege. Die wird wichtig sein. Ja, scheiß drauf. Dann überlebt er halt. Als nächster Runde tot und kriegt den Bizarro rum raus. Ist egal. Ist egal. Ist das so. Wie krass hätte er jetzt Verfolgung gehabt. Den haben wir schon mal weg. Der ist schon mal weg. Und er stirbt jetzt durch Sandsturm. Alles easy. Und er hat kein Bizarro rum gemacht. Du hättest Bizarro rum machen sollen. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Aber du hättest, glaube ich, Bizarro rum machen sollen. Aber Gastrodon war so ein guter Lied. Guck mal, wie der alles weghaut, der Gastrodon. Kürtel weggehauen. Salty weggehauen. Ah, dann kommt der noch, okay. Sein Terror ist ja auch weg. Er kann keine Pflanzenattacke. Ja. Gucken wir mal. Oh. Lehmorb. Nö. Antikkraft. Oh, weg. Sehr gut. Schöner Kampf. Das Sandteam ist sehr gut aktuell, habe ich das Gefühl. Sandturm. Äh, Sandturm. Sandteam sehr gut. Fällt mir. Das wird, könnte sehr, sehr witzig jetzt werden. Das könnte jetzt sehr witzig werden, wenn ich mich nicht verkalkuliere. Hoffen wir mal, dass es witzig wird. Sein Orkanschwingen ist langsamer als mein Turbofelsen, weil ich doppelte Inletab durch Sandscharre. Also, wenn ich ihn jetzt treffe, ist sein Orkanschwingen weg, dann trifft mein Steinhagel von Despota vielleicht auch früher. Und bevor er Rückenwind drücken kann, ist er schon tot. Soweit die Theorie. Die Theorie ist hinfällig. Wieso macht er denn ein Schutzschild? Die Theorie ist hinfällig. Jetzt seinen Orkan schwingt aber auch weg Jetzt kann er auch kein Rücken mit mir machen Ich glaube das hat er nicht berechnet Hat er mit dem schon Schild Ja der Vogel ist tot Wenn ich nicht zweimal misse Ja der Vogel ist tot Spielt er nicht mehr in Überreste Ich hoffe er kriegt einen Rückschrecker durch Und ich hoffe er ist langsamer Ich weiß nicht ob er schneller ist mit Walschal Ist das ein Wagemut Ding Ist das ein Ableitip Ding Ein Rückschrecker wäre echt nice Erdbeben Auf jeden Fall nicht Ableitip das ist auch gut Epitaph mit Erdbeben habe ich noch nie gesehen Ich hoffe ich habe noch eine Runde Sandstorm Nämlich die Geschwindigkeit und Stärke habe Sehr wichtig Ohne wird schwierig Sehr gut Ich bin gespannt was er macht Ich bin ja immer noch schneller jetzt Diktri sowieso schnell Und der Hund Sandschauer Was macht er Dann eine Erstschlagattacke Schutzschild Okay Schutzschild bringt er nicht so bis nächste Runde tot Wegen dem Sandstorm Außer der Sandstorm hört jetzt auf Er macht wieder Erdbeben und ist schneller Krass wie schnell ist der Ich unterschätze völlig wie schnell Epitaph ist alter Wie schnell ist der bitte Krass er ist schneller als Diktri Unschneller als Sandscherer Hund Ist das nicht ein bisschen krass schnell Noch eine Runde Sandstorm Schön Epitaph ist sehr schnell Krass er war mir gar nicht so bewusst Krass schnell Nicht krass schnell Krass schnell Houndstone Ah Er hat ihn selber Sauber hat er ihn Und er ist schneller Frech Hä Er hat ihn selber Also ich verstehe die Attacke Tiefschlag immer noch nicht Immer noch nicht verstehe ich sie GG GG war schwieriger als gedacht Krass Kass 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 Untertitelung des ZDF, 2020